Panzerabwehrkanon? Wie man gesehen hat Kommen die hier mit Halbkettenfahrzeugen? Ach, ich kann doch nicht so weiter. So Was ist da? Wir haben jetzt die Positionen aller Fahrzeugerabwehrkanone bereits erreicht. Oh, oh, ich guck da. Da hat sie schon was Abmachen das Fahrzeug gesehen. So Machen wir noch die dritte. Die gehen ja schnell. Unser Territorium fällt in feindliche Hände. Ach so, es geht nicht weg. Oh, oh schicke. Ups. Gehen wir mal. Angreifen, ne? Ich bin auf dem Weg. Was, was, was? Unterwegs. Scheinbar will die KI nicht einnehmen. Wir sind auf dem Weg. Naja, dann nehmen wir mal ein, würde ich sagen. Manche Fahrzeuge können jetzt erkannt werden. Los. Wir verlegen diese Kanone. Panzerabwehr unterwegs. Nein, nicht da rein. Es war versehentlich. Ich hab mich verklickt, Mann. Leute, setzt die Feldkanone in Bewegung. BAM! 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 Eine Beförderung! Pioniere! Wir haben gesiegt! Wir haben das Feuer! Panzerabwehr eröffnet Feuer! Genial. Keine Gnade! Also die Panzerabwehr, die ist auch nicht so der Börner. Na los, geht die noch. Los zu Isakovich! Deutsche Truppen nähern sich! Oh, machen wir mal alle da drauf, BD. Oh, und dann treffen die nicht mal, ey. Oh, ist das eine Schande, ey. Da oben kann ich leider nicht vor. So. Weil da ja... Irgendwo... Feindliche Infanterie schießt auf mich! Feindliche Infanterie schießt auf mich! Feindliche Infanterie schießt auf mich! Feindkontakt! Die Infanterie werden sterben! Ey, das sind noch drei Sniper. Drei Sniper tot. Scheiße! Ja, das war ein guter Schuss! Zu Dienste! Mann, diese Ausdrucksweise! Du rech auf! Begleiten Sie ihn! Bewegen uns in feindliches Territorium! Oh, da muss ich lang. Da kommt man nicht so gut lang. Ja, Genosse! Wir machen keine Gefangenen! Wir sind im Kopf! Oh, noch einer! Oh, noch einer! Nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Achtung! Jo! Komm, Alter! Ich wollte sowieso nur die Sniper eigentlich. So, Alter! Oh, Alter! Geht doch! Da, Genosse! Greifen Panzerabwehrkanone an! Aber schweres NG brauchen wir nicht unbedingt! Gehe zu dieser Stelle! Der haut ab! Ich muss los! Da soll der mal raus! Wir müssen einen Stellungswechsel warten! Nein, wir müssen Stahlin, schell nach uns! Vier Minuten... 15 noch! Oh, das war's! Schau mal, schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Hoffe ich doch, dass wir schau mal! Direkte Schieße! Feindlicher Trupp erledigt! Oh! Jut! Ich bin unterwegs! Habe ich das vergessen? Bereit! Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde! Soldatenbereit! Marschbefehl erhalten! Ah! Gut, 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 gut! Infiltriere! Panzerabwehrkanone! Die Pioniere arbeiten daran, Hauptmann Isakowitsch zu befreien! Halten Sie den Sektor, bis wir ihn fortbringen können! Die Rotter Armee! Zu Diensten! Was ist denn das? Ach! Was ist denn das? Wir müssen in diesem Krieg Federn lassen! Oh, Automatisch speichern, noch schnell! MG führt Stellungswechsel aus! Oh! MG wird verlegt! Huch! Schützen! Wer Pioniere abrücken! Halten Sie das, was ein Banging! Oh, ich! Sie brauchen einen Scharfschützen? Mann! Soldatenbereit! naja wenn es sonst nix ist so wo weißt du das was integrität des optis halten sie ich soll ich soll da rein denke ich mal und starten und ich will jetzt mal leute bürger unterwegs stellungswechsel wir verlegen das ist ja gerade keiner dauern Pioniere unter Beschuss! Ja? Begebe mich dorthin! Das ist ja falsch, doch... Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss! Geehrt für unsere Furchtlosigkeit! Ah! Tot! Wir werden angegriffen! Sie brauchen Pioniere! Wir brauchen eine Reparatur! Da kommt Scheiss auf uns zu! Wir haben eine neue Einheit! Was? Das sind ein paar ganz nette! Mach sie nieder! Feindkontakt mit Panzer! Ich hatte doch... ...hatte ich mich mit... ...gestellt? Oh ne! Die sind doch jetzt nicht echt von hier! Oh man! Schweres MG einsatzbereit! Los! Wow! Seht wie der Panzer drehen gelassen! Sie haben ein Ziel! Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich! Wie kann ich helfen? Feind Tor! Wengeln! Ja! Integrieren Sie das! Integrieren Sie das! Integrieren Sie das! Wir haben das Feuer auf uns eröffnet! Laden und Panzer ausschalten! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Ah! Wir werden angegriffen! Okay! Das ist super! Wir haben keinen Trupp ausgeschaltet! Die Feuer nach uns! Dies ist natürlich super! Waffentrupp in Bereitschaft! Ich bin dieser Scheiße langsam weit! Wir müssen abrücken! Wir werden angegriffen! Panzerabwehr hat ein Ziel! Wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Willen wir jetzt unterhören? Nee! Entschuldigen mich, falls ich im Moment ein bisschen ruhiger bin! Tod statt Rückzug! Aber ich muss mich da ein bisschen konzentrieren! Wir können schnell! Direkte schießen! Wir werden angegriffen! Wurde aber auch zurück, dass wir unter uns tun! So! Einer weniger um den wir uns sorgen müssen! Das Hauptquartier wird angegriffen! Ah ja! Feindlicher Panzer zerstört! 39 Prozent! Wir haben das Feuer auf uns eröffnet! 39 Prozent ist weniger gut! Aber? Wir feiern einsetzbereit! Boah! Der hat voll getroffen! Wir werden angegriffen! Sie haben ein Ziel! Wir schießen auf einen Panzer! Ich brauche! Feindlicher Druck erledigt! Feindkanone bereit! Wir haben das Feuer auf unseren Uppernwassboden! Wir haben das Feuer auf unseren Uppernwassboden! Das wollen wir nicht erst mal von mehr Einheiten hier! Rekruten hier! Oh, das ist so, ich kann mich nicht mehr um! Seht wie der Panzer brennt! Beinere mal fern! Ups! Feindkontakt! Panzerabwehrkanone bereit! Fioniere Einsatzbereit! Ups! Ups! Wir haben das Feuer auf uns eröffnet! Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Die Fahre nach uns. Spürt die feindliche Infanterie anfeindlichkeit unserer Hauptquartierer. Wir werden angegriffen. Rekruten werden angegriffen. Flackpanzer für gesetzlich. Ja, Flackpanzer wird gesetzlich. Ja, Flackpanzer wird gesetzlich. Das ist doch ein Scherz, ey. Wir haben das Feuer auf unserer Fahre. Unser Abwehr hat Panzer im Visier. Oh, jetzt falle ich da durch, ey. Ding der Scheiße. Sie haben ein Zieser, am Griff. Sie haben Befälle. Der Halt hat unser... Ach, guck's dann. Oh, nein. Das gibt es doch nicht. So alt, ey. Alter, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass meine Einheiten lassen, ey. Mann. Gut, nicht schlimm. Wir machen neu. Er hat ja geladen. Dann, weiter geht's. Auf ein neues. Diesmal schaffen wir es aber. Ja, was dann geht's. Ja, wir können nicht sprechen. Die Schafschützen. Jo, noch mal nur die. Wo ist der, das ist eine von Deutschen. Los, schneller laden. Los, 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 los. Das sieht aus wie Moro. Könnte sein, die Kugeln. Oh, jetzt aber auch. Super. Wir wollen zur Basis zurücklassen. Oh, toll. Super. Ihre Befälle. Bereit machen zum Stellungswechsel. Bereit. Pioniere einsatzbereit. Zu Diensten. Unterwegs. Gut. Also, einmal so. Dann brauch ich einen Brauch. Schützen. Freiwilligen. Bring die Panzerabwehr in Stellung. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Bevölkerungslimit erreicht. Leckt mich. Da? Leute, setzt die Feldkanone in... Unterwegs. Stellungswechsel. Ja, Genosse. Warte, bis sie richtig brennt. Unterwegs. Dann mach ich so da noch. Pioniere einsatzbereit. Jetzt kann ich bauen. Da, Genosse. Zurück zur Basis. Sofort. Ja, wir haben jetzt eine neue Basis. Was muss getan werden? Unterwegs. So, also. Gut, 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 gut. Ich brauch dann noch einen App-G-Talk. Mit noch einer. Was können wir tun? Hier bräuchte ich noch ein bisschen Unterstützung. Sniperhammer. Das ist Infanterieabwehr. Jo. Ich kann das nicht genau. Schärfschützen unter Beschuss. Alles hier. Alles hier. Alles hier. Das ist das Mindeste, was wir verdient haben. Keine Spiegel. Ich habe doch keine Chance. Scheiß Infanterie. Oh. Die kann man direkt. Scheiße. Granate. Schärfliche Infanterie erledigt. Sie greifen von Ängste. Wir werden angegriffen. Wir werden unser Hauptquartier beschützen. Hier sind unsere Furchtlosigkeit. Trupp, wir rücken von hier ab. Ja. Leute, wir rücken ab. Ja, Mädels. Ich habe jetzt meine MG-Tor. Aufpassen. Bereit. Panzerabwehrkanone bereit zum Einsatz. Panzerabwehr eröffnet Feuer. Oh, die zwei Panzerabwehr können wir machen. Panzerabwehrkanone bereit zum Einsatz. Lustig. Erwarten Befehle. Erwart Marschbefehl erhalten. Personenabwehrgeschossen werden geladen. Die Feuer nach uns. Stug außer Gefecht. Oh. Der Feind greift unser Hauptquartier an. Panzerabwehr hat Panzer im Visier. Rollt diese verdammte Panzerabwehrkanone hier weg. Ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Ich brauche normale Infanterie. Oh, da glaube ich nehme ich einen. Panzerschräg. Beleit. Feindlicher Panzer zerstört. Panzerschräg. Ja. Ich werde das aufnehmen. Ich werde das aufnehmen.